Ich bin ein komischer Mensch in Chile, weil ich immer gelaufen gegangen bin, allein. Und Leute in Chile laufen wie früher, jetzt weiß ich nicht, wenig. Autos nehmen normalerweise oder öffentlichen Verkehr oder sowas, eigentlich bin ich immer gelaufen, vor allem auch am früh, also am Morgen früh, ja. Mit meinen anderen Kindern habe ich auch gemacht, sie sind noch gelaufen und bin ich auch immer gelaufen mit ihnen. Tschau. 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 Bis nächste Jahr. Tschau. Vor dem Gefängnis, ich bin ein Revolutionist, ich möchte die Welt enden. Ich war so grossmutig, Welt enden. Kann man sich vorstellen, mit 17 Jahren, ich möchte die Welt enden. Sozialismus bringen für alle Welt und alle Welt werden zufrieden und, ja, friedlich und zufrieden. Für diese, ich habe gekämpft. Mit 17 Jahren, 16 Jahren. Das ist unglaubliche Mut, oder? Auch Kraft. Aber nach dem Gefängnis, ich war nicht so, ich habe mein Ziel gekrankt gemacht. Nicht für Welt, jetzt, ich gucke nur für mich. Das ist schon ein grosser Unterschied. Oder? Meine Generation hat so einen Traum gehabt und eine andere Welt zu bauen, eigentlich. Und das war eine Illusion, eigentlich. Das kann ich jetzt erkennen, weiss ich. Aber damals, es ist so, für jeden Junge, oder für den meisten, das war so. Ja, wir müssen die Welt ändern und, ja, etwas besser machen. Und das war natürlich, was auch Allende wollte, als Kandidat damals. Und ich habe mich identifiziert mit dem Programm von ihm. Und ich habe einfach gemeint, jetzt mache ich auch mit. Da kann ich auch immer gesungen. Und, äh, Allende ist gewählt worden damals. Und wir haben gefeiert und, ja, uns gefreut. Also, ich weiss noch ganz genau, was wir gemacht haben. Bis, bis zum nächsten Morgen, haben wir gefeiert. Das war am 4. September 1970. Es ist so, ja, ein Ereignis für uns. Es ist so schön getanzt. Und alles so, ja, ohne Gewalt, weiss. Schön. Und alle Leute zufrieden. Endlich gibt es etwas Neues für Chile und so. Wenn man in der Türkei sozialist werde oder in der Schweiz sozialist werde. In der Schweiz deine Karriere werde größer, einfach. Aber in der Türkei, du verlierst dein Leben. Ich kann nicht sagen, wir waren unbewusst. War vor eine Generation, alle waren schon gehängt oder geschossen oder ist gestorben, oder? Dass wir wissen schon, was passiert. Könnte für uns auch so passieren, wir haben schon gewusst. Das ist, ich kann nicht sagen, wir haben nicht gewusst, nein. Trotzdem, wir haben gewusst. Und... Wieso trotzdem? Wir denken, unser Volk braucht uns. Jemanden für unser Volk etwas machen. Arme Kurden. Ich bin Kurde, ich kann nicht meine Sprache sprechen. Und ich kann nicht von meiner Sprache etwas lesen. Ich kann nicht für einen Kurden jemanden wählen. Einfach, wir haben nichts. Das sind nicht 100 oder 300 Leute. 20 Millionen Kurden, das ist unmöglich. 20 Millionen ohne Rechte leben, das geht nicht. Das macht dich schon einen Druck. Ich musste natürlich arbeiten. Aber gleichzeitig habe ich viel Politik auch noch gemacht. Am Abend oder am Wochenende. Und nachher mit allen Jungen und den Kompanien, den Genossen, haben wir angefangen zu, wie sagt man, freiwillige Arbeit gemacht. In einem armen Quartier haben wir ganz viel gemacht. Mit der Schaufel versuchen, Leute zu zeigen, was sie machen sollten. Wir haben so einen kleinen Sportplatz gemacht. Zum Beispiel in einem armen Quartier. Oder wir haben organisiert, es ist schwierig zu erklären. Gruppen organisieren in verschiedenen Quartieren. Dass die Leute auch lernen, wie man das machen sollte. Und die Situation von ihnen selber verbessern. Und mit dem natürlich auch die Regierung helfen. Das war eine, ja, wirklich ganz schöne Zeit. Aber wir haben immer gespürt, die Bedrohung von der rechten Seite. Ja, Terroranslagen haben angefangen. Dass es richtig ist, was macht es nicht so. Wenn es nicht so schön ist, können wir nachher kommen. Wenn es nicht so schön ist. Ich glaube, wir haben Angst, dass die Rollen hinten für dich und dass die Crew sind so schön ist. Das ist ja so schön. Und da gibt es noch etwas. Ja. Es ist mein Name der Anwesprache. Wir haben unsere Anwesprache, die es sich nicht mehr erwähnt. Aber es ist schon so ein Urlaub, dass sie sich nicht mehr anwesprache. Man kann das nicht mehr anwesprache sein. Also kann man auch nicht mehr anwesprache sein. Man kann es nicht mehr anwesprache sein. Man kann es nicht mehr anwesprache sein. Ich hatte sie nicht mehr anwesprache. Ich habe die Anwesprache, Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. La Habertura y No Recepción ин es la Liga, que es el castigo mal para los quer'n traicionado pero la verdad es la Liga Viva Chino, viva el pueblo viva los trabajadores de nosotros los más babbles y con la certeza de que ese革gese no sale un malo y con la certeza que es muy pobre Untertitelung des ZDF, 2020